Hallo und herzlich willkommen bei Epic Work TV. Ich bin der Henning und neben mir sitzt heute Dietmar Hölscher. Dietmar ist ein Urgestein im E-Commerce, hat aber glaube ich auch noch eine ganz spannende, bunte Vergangenheit. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du auch mal Koch warst, Dietmar. Ich will da auch gar nicht so weit vorgreifen. Erzähl doch vielleicht einfach mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was ist so dein Hintergrund? Ja, mein Name ist Dietmar Hölscher. Ich bin tatsächlich seit 1995 im E-Commerce verhaftet. War vorher in völlig anderen Branchen auch noch mal unterwegs gewesen. Und habe so die ersten Erfahrungen mit Mitarbeitern und Arbeitnehmern da auch schon tatsächlich auch mal bekommen. Und habe durch meine Selbstständigkeit dort ein kleines Unternehmen aufgebaut, was dann 2001 an die Börse gehen sollte mit Wireless LAN über Städte. Wir waren in Münster, Dortmund, Budapest unterwegs und haben dort Funkstrecken aufgebaut und dann gab es die große Blase. Das war dann sozusagen das Ende meiner Firma. Wir waren zum Schluss so 150 Mitarbeiter in vielen verschiedenen Ebenen. Bin dann zur EU gewechselt und habe von dort aus oder habe mit denen Glasfaserprojekte gemacht, Internetverbindungen zwischen den Niederlanden und Deutschland projektiert. War Countrymanager da gewesen. War so ein bisschen eine ganz andere Welt. Verhandlungen mit der Politik und mit Bürgermeistern, die verstehen mussten, dass Glasfaser doch irgendwie doch mal die Zukunft irgendwie sein sollte, dass man das auch im Dorf braucht. Und danach habe ich mich selbstständig nochmal gemacht tatsächlich mit einem Online-Shop. Und daher hat die Assoziation sicherlich gekocht. Da wolltest du ja gleich nochmal was zu fragen und habe aber nebenbei, war ich die ganze Zeit auch Berater gewesen. War als Berater unterwegs für Unternehmen, die man auch glaube ich kennt, sowas wie Amazon, Ebay, Paypal. Und bin dann nach fast zehn Jahren Online-Shop wieder in die E-Commerce-Branche gewechselt. War dann im Management bei der Shopware AG gewesen, E-Commerce-Softwarehersteller. Das ein paar Jahre gemacht und wie gesagt nebenbei die ganze Zeit auch als Berater tätig gewesen für verschiedenste Themen. Rund um das Thema auch Agilität, wo wir so ein bisschen drüber sprechen wollen. Der CTO der Synergy AG, die auch Systemhaus, das im Wandel ist, zur Agentur wird und da verantwortlich auch und leitend für einen relativ großen Entwicklungsbereich. Bevor wir jetzt auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen. Ich habe nämlich tatsächlich von dir so ganz viele Videos im Internet gefunden, wo du mit einer Kochjacke da stehst und man nicht so richtig weiß, ist das jetzt Kochen oder ist das ein Chemie-Experiment? Was hat es damit auf sich? Ja, ich war, ich hatte das vorhin so ein bisschen schon durchblicken lassen, so für die EU zu arbeiten zwischen Niederland und Deutschland, dass dieses politische Thema war nicht so ganz meins gewesen. Ich musste da irgendwie wieder raus und hatte die Idee über jemanden, den ich kennengelernt hatte, Ferran Adria. Das war zu der Zeit der berühmteste Koch und beste Koch der Welt gewesen. Der hat sich mit Molekularküche beschäftigt, dem den Entree in die Gourmet-Szenen in Deutschland zu eröffnen. Das war eigentlich mehr so ein Hobby-Ding zwischendurch und die Händler wollten das alle nicht. Und da habe ich gesagt, okay, dann einen Online-Shop machen kann ich. Mache ich einfach mal, habe das dann getan und war dann relativ schnell sehr erfolgreich. Wir hatten eine große Bildstrecke im Feinschmecker gehabt, über glaube ich 17 Seiten, zusammen mit der Metro, mit ein paar Sterneköchen gemeinsam. Und haben dann da auch unseren ersten Auftrag bekommen, mit dem ich nie gerechnet hätte. Damals haben wir noch tatsächlich aus dem Wohnzimmer und dem Keller heraus verkauft, bis dann der erste Sattelschlepper in das Wohngebiet fuhr. Und nicht wusste, wie er drehen sollte oder wie er aufladen sollte, als er die ersten Paletten bei uns abholen wollte. Wo ich gesagt habe, okay, so können wir noch gar nicht. Und dann war ich auf einmal mittendrin in der Molekularkoch-Küchenszene und das kannte halt irgendwie kaum einer. Und dann sind durch diesen Feinschmecker-Artikel und einen Artikel im Stern, wir waren in der Welt-FAZ auf der ersten Seite gewesen, weil es relativ neu war, wir sind die ersten gewesen, die das gemacht haben. Und dann gab es dann halt auch eine Menge Fernsehauftritte. Lustiges Kochen mit Rainer Kallmund oder es waren dann auch Auftritte im Morgenmagazin, Cocktails mit flüssigem Stickstoff machen. Also wie du schon gesagt hast, eher etwas Untypisches vom Kochen. Also viele assoziieren mich dann auch noch als Koch, weil ich sehr medial vertreten war zu der Zeit. Ich habe aber nie Koch gelernt oder so. Das kommt aus einer völlig anderen Ecke. Gut, dass wir das jetzt schon mal aufgeklärt haben. Du bist ja auch heute für ein völlig anderes Thema da, nämlich Agilität, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Und hältst dazu ja auch einen Vortrag hier bei uns, der heißt Agil macht glücklich. Bevor wir jetzt aber da ins Detail gehen, hol uns doch vielleicht einfach mal ab, bevor wir jetzt hier nur noch Basswort-Bingo machen. Lean, Agile, was bedeutet das überhaupt? Agile ist sozusagen ein Framework, mit dem man nicht mehr in Projekten arbeitet. Das heißt, ich überlege mir, wie kann ich einen maximalen Wert schaffen. Und das geht, es kommt aus der Softwareentwicklungsbranche, hat sich mittlerweile aber auch im Produktionsalltag und eigentlich in allen Branchen und auch bei wiederkehrenden Dienstleistungen etabliert. Ich überlege mir immer, was tue ich als nächstes? Hat das einen Wert? Bringt diese, zahlt dieser Wert auf die Ziele des Unternehmens ein? Und lasse die Mitarbeiter mitentscheiden? Das sind so die groben Eckpfeiler des Ganzen. Und dieses Mitarbeiter mitentscheiden lassen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Dabei geht es gar nicht darum, es gibt Basswort-Bingo, man hat sowas vielleicht schon mal gehört wie Kanban, Scrum und Lean. Es dreht sich aber eigentlich immer, immer dasselbe. Das heißt, ich habe das, was ich in einem Projekt habe, nicht mehr. Also definierten Anfang, einen Scope, also einen Inhalt von dem, was ich denn tue und definierte Zahl und Zeit, wann ich es fertig habe. Sondern ich sage nur, und das ist das, was es auch so schwierig macht, das zu begreifen. Ich möchte mit den Ressourcen, die ich hier habe, den maximalen Wert schaffen für meine Kunden, für mein Unternehmen. Und wie denn dieser maximale Wert aussieht, das weiß ich am Anfang noch gar nicht. Das erfahre ich sozusagen erst beim Tun. Und du sagst ja auch relativ klar, Agilität, Agile macht die Mitarbeiter glücklich und sorgt auch beim Unternehmen für einen deutlichen Mehrwert. Fangen wir vielleicht mal bei den Mitarbeitern an. Was ist denn der ganz große Vorteil für die Mitarbeiter? Was ändert sich dadurch, dass ich sowas einführe im Unternehmen? Ja, was sich ändert, noch mal eins vorweg. Es gab von der Hochschule Augsburg 2019 eine Studie. Die haben Mitarbeiter befragt, was macht euch glücklich, was ist euch wichtig im Unternehmen? Das war so ein bisschen auch vor dem Hintergrund intrinsische Motivation. Sehr schwierig, einen Menschen von außen intrinsisch zu motivieren. Das heißt, ich komme von innen heraus. Man hat das eine ganze Zeit versucht mit Geld, Bonussystem und so weiter. Die Klassiker, ja. Die funktionieren halt nicht so besonders gut oder nur bei bestimmten Menschengruppen. Es gibt Menschen, auf die spricht das an. Aber es war zum Beispiel wichtig bei den Menschen, dass sie sich in einem sozialen Gefüge befinden, dass sie bestimmte Rahmenparameter haben, aber dass sie selber mitbestimmen können. Das heißt, ich will autonom in der Gruppe sein. Und das ist so ein bisschen, hört sich erstmal an wie so ein Widerspruch, aber genau das mieten diese agilen Frameworks. Und das sorgt dafür, dass ich mit einem relativ losen Framework, weil die auch nie geschlossen sind, wie andere Tools, die dann sagen, es gibt für jede Frage eine Antwort. Die gibt es hier bewusst nicht. Man verzichtet darauf und nimmt die Mitarbeiter mit. Und dadurch, dass ich mich immer mit einbringen kann, hilft das einfach, mich zu motivieren, gehört zu werden. Und das hilft auch auf der anderen Seite dem Unternehmen natürlich, weil diese Ressource Mitarbeiter für das, was sie eigentlich immer sagt, naja, darf ich meine Abstimmung aufzeigen oder nicht? Das zeigt zum Beispiel beim Vortrag auch so ein kleines Mini-Tool, mit dem man Leute motivieren kann, sich besser mit einzubringen und auch verstanden zu werden. Und das hilft einfach den Mitarbeitern, das Gefühl zu bekommen, gehört zu werden, in einem gewissen Rahmen agieren zu können, aber trotzdem frei zu sein. Also frei in der Gruppe. Und das ist eines der grundlegenden Bausteine. Das heißt, es geht also wirklich darum, dass die Mitarbeiter quasi mehr Selbstbestimmung haben, wann sie was wie tun und letzten Endes ja auch mehr Selbstverantwortung dann tragen wahrscheinlich. Genau, sie müssen die Verantwortung natürlich auch tragen. Aber das ist dadurch, dass du wieder in der Gruppe bist, lastet sie nicht auf deinen eigenen Schultern. Und das ist diese Dynamik, die da entsteht. Also du wirst als einzelner Mitarbeiter gehört, du kannst dich immer mit einbringen, musst dich sogar eigentlich mit einbringen, egal was du machst, wenn du es richtig machst. Es gibt auch agile sehr viel, was falsch gemacht wird, aber wenn man es richtig macht, muss sich auch jeder mit einbringen. Und da passieren dann halt sehr, sehr viele Dynamiken. Das Ganze hat auch eine negative Seite für den einen oder anderen, und zwar für den, der sich nicht einbringen will. Derjenige, der ein bisschen faul ist bei der Arbeit, der kann sich hier in solchen Systemen einfach nicht mehr verstecken. Das führt aber auch dazu, dass es so ein Ungleichgewicht, was es sonst in Firmen gibt, warum soll ich das machen, wenn der sich ausruht die ganze Zeit? Das kann der nicht, weil es fällt einfach auf. Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, wenn man es richtig macht, wie führe ich denn sowas als Unternehmen ein und wie mache ich es richtig? Und andersrum gefragt, was sollte ich eben nicht tun? Was sind so die typischen Stolpersteine? Was ich nicht tun soll, ist auf jeden Fall es nur halbherzig machen, das nur in einem Teilbereich einführen, weil das führt zu Spannung. Das heißt, wenn ein Teil des Unternehmens schon ganz anders arbeitet und mit Fragestellungen kommt, die dann in einem hierarchisch geführten anderen Bereich dann wieder gar nicht beantwortet werden können oder auch nicht den richtigen Ansprechpartner finden, dann kommt es hier zu Zerreißproben tatsächlich. Und meistens ist dann die Abteilung, mit der man anfängt, nicht diejenige, die führend ist im Unternehmen, sondern man fängt meistens weit weg vom Eigentlichen an. Oder man fängt in der Hierarchie tief an, also zum Beispiel ein produzierendes Unternehmen in der Produktion. Das kennt man, kann man, das ist eines dieser Systeme, das wurde von Toyota entwickelt, genau für den Bereich. Naja, das ist weit weg, da können wir hier oben erstmal noch machen, was wir wollen. Aber wenn der Mitarbeiter mitbestimmen soll an der Stelle, dann habe ich da ein Problem. Also das ist so eines der Hauptprobleme. Ich mache es nicht komplett im Unternehmen, ich führe es halb ein und ich habe die Leute nicht gut ausgebildet an den richtigen Stellen. Und das führt häufig dazu, dass man diese agilen Tools falsch einschätzt, weil so ein Handbuch, Agilität, das ist so irgendwie so 20, 30 Seiten. Wenn ich mir ein anderes Tool nehme, wie zum Beispiel Six Sigma oder PM Book oder Prince 2, dann habe ich Wälzer und L lange Sachen, die ich alle auswendig lernen muss. Und das gibt einem das Gefühl, ah ja, das hat einen anderen Wert, damit muss ich mich länger beschäftigen. Und Agile denken viele, ich habe das gelesen, habe ich verstanden. Und das ist halt häufig nicht der Fall. Heißt also wirklich, ich muss es wirklich sofort komplett, ganz oder gar nicht flächendeckend im Unternehmen einführen. Ist das nicht aber auch ein ziemliches Risiko, weil ich damit ja im Zweifel mein gesamtes Unternehmen von jetzt auf gleich komplett auf links drehe? Oder ist das gar nicht so dramatisch? Du kannst, ich würde überall anfangen, aber du musst es nicht überall komplett machen. Es kann natürlich einen Weg geben. Agile sagt halt auch Try and Error an dieser Stelle. Das heißt, ich fange mal klein an, gucke, was ist denn der kleinste Aufwand womit oder der kleinste Nenner, auf dem man sich treffen kann, mit dem man erst mal anfangen kann, die Erfahrung sammelt, nach einer gewissen Zeit sich nochmal anschaut. Wie war denn das Ganze, die Erfahrung, um den nächsten Schritt dann weiterzugehen? Wichtig ist eher, dass man es überall macht und dass man diese Schritte auch kontinuierlich nach vorne treibt. Von jetzt auf gleich 100% Agile einführen, funktioniert nicht. Das ist völlig klar. Aber es gibt auch da innerhalb der Frameworks genau den richtigen Weg, um das dann langsam im Unternehmen einzuführen. Wenn jetzt jemand unserer Zuschauer sagt, ich möchte das einführen, das klingt sehr spannend, was wären denn jetzt so die ersten Schritte? Sollte ich erst mal Bücher lesen? Sollte ich mir Vorträge dazu anschauen? Wie starte ich, wenn ich Interesse an dem Thema habe? Was ist so der, aus deiner Sicht, so der richtige Weg? Ich kann so ein paar Bücher empfehlen, auf jeden Fall, um erst mal so einen groben Überblick zu bekommen oder sich auch Vorträge anzuhören. Wichtiger ist es aber, mit Leuten zu reden, die das schon gemacht haben. Denn das ist ein, wie gesagt, ich habe nur sehr, sehr wenig an Grundinformationen, die ich bekomme durch diese Frameworks und ich brauche eigentlich eine Erfahrung aus der Branche, aus dem, ich muss jemanden haben, der das schon mal, wenn ich sage, ich bin Automobilzulieferer, dann sollte jemand wissen, worauf es da ankommt. Just-in-Time-Lieferung nach hinten raus und so weiter. Ich bin in einer Lieferkette drin. Das hat eine völlig andere, völlig anders gestaltet, als wenn ich jetzt beim Softwarehersteller bin. Und dann sollte ich mir Experten suchen, die eines ganz wichtig machen, die ich nicht als Externe hole, um es bei mir im Unternehmen zu tun, sondern um mich selber zu enablen, das in Zukunft weiterzuführen. Das heißt also, weder weniger ein Berater, sondern eher ein Coach, der langfristig diesen Prozess begleitet. Denn es ist ein Prozess und kein Projekt. Das ist so auch einer der Fehler, die häufig gemacht wird. Ich hole mir mal jemanden, der setzt sich mal hier hin und baut das für uns. Das wird nicht funktionieren, weil jedes Unternehmen halt komplett anders funktioniert. Also ich muss es wirklich komplett selber umsetzen und muss mir einfach das Know-how in irgendeiner Form dazu aneignen. Also das Know-how, welche Stolpersteine kann es geben, wie arbeitet man mit diesem Framework, also mit den Tools oder auch mit dem Mindset an der Stelle, wie kann ich das enablen. Da ist es gut und wichtig, jemanden zu haben, der Erfahrung hat. Aber ich muss es selber tun, weil jedes Unternehmen komplett unterschiedlich ist. Cool. Danke Dietmar. Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Vortrag, den du ja gleich hier dazu hältst. Den höre ich mir auf jeden Fall sehr gerne an. Da auch gleich quasi meine letzte Frage. Du machst ja nicht nur einen Vortrag zum Thema Agilität, sondern grundsätzlich, du bist ja auch Speaker, bietest ja, ich sage mal, relativ viele Vorträge an. Dich kann man für verschiedene Sachen buchen. Magst du da vielleicht noch kurz sagen, was so deine Themenfelder sind? Hat das alles dann doch irgendwie am Ende mit dem Thema Agilität irgendwie wieder zu tun? Oder sind das wirklich ganz andere Themenbereiche auch? Nein, es rangt sich immer so ein bisschen um das Thema Agilität und geht da in so Spezialgebiete rein. Das eine ist das Thema Entwicklung tatsächlich, Softwareentwicklung. Da habe ich sehr viel gemacht, auch eigene Frameworks für entwickelt, wie man zum Beispiel richtig schätzen kann. Ich habe ein Buch veröffentlicht mit einer Prognose, wann denn der Berliner Flughafen eröffnet wird. Rein mathematisch, wie man dort hinkommt, kann man selber nachrechnen. Auf welches Datum bist du gekommen? Ich bin gekommen auf den Juni nächsten Jahres. Ich weiß, jetzt kommt immer noch heran. Das Buch ist schon ein bisschen älter. Aber mal gucken, wer weiß, wohin es kommt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit für dieses Jahr Oktober liegt laut der Berechnung bei 40 Prozent. Mal gucken, aber es könnte passieren. Und dann halt noch sehr viel rund um das Thema E-Commerce. Da bin ich halt seit über 20 Jahren jetzt verachtet. Ja, wunderbar. Dietmar, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Henning. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.